Die Kinder, wir geben die ab, wir geben die trennte Hände. Die Kinder, wir geben die Kinder an, wir geben die Kinder ein. Wir geben die finanzielle Beziehung zur Gastgeberung. Frau Herrmann, ich bitte Sie kurz ein Bild zu halten. Ich würde die Sitzung unterbringen, da ist ein Erfolg für die Hand. Ich bitte Sie zu, Sie erlösen. Meine sehr geehrten Abgeordneten, der Nika und die Burka machen Frauen im Gesicht los. Ich denke, das wurde hier verdeutlicht. Ein Stück Schock verlässt nicht die Farbe, nicht die Körperformen, sondern auch die Gesichtszüge einer Frau. Und das macht mit der schockgefangenen Frau unmöglich, anderen Menschen von Angesicht zu Angesicht, von Mensch zu Mensch, die überzufinden.